Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Es dauert noch bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf.